BERP läspämm p adheraa hm excitey bikie dazu eine weiteren Folge Excite Kart Wer von euch hat ein Bike? Ich nicht ich hab das Katzenauto ich hab auch das Katzenauto Ich seh' ein Katze Natürlich hab ich das Katzenauto Ich sagte ich hab' auch das Katzenauto Fickn Experts離aps, warum denn? Weil doch das gegenüberiec Ja wie ich habal den Start voll rein geschitten Ja, der bringt mir schlechtes Glück am Anfang, aber nur am Anfang. Ja, geil! Das war gut, Uchi! Warum trifft ihr zu falsch rum, du dummer Schlampe? Glaubst du, ich seh das nicht, Pecklinger? Ich hab nach hinten geschossen. Ja, das ist alles, was mich interessiert. Es fang schon an, hinter den Komms noch zu landen. Da hab ich keine Lust drauf. Soll das dann spielen wir Excitebike. Excitebike, du Hurenbitch! Excitebike finde ich kacke, aber ich hab's. Wo geht's aber auch? Ich hab's auf dem 3DS bekommen, weil... Ja, na, Ambassador-Programm. Genau, so heißt es. Das war scheiße zu spielen, ich hab's mal ausprobiert. Ja, es ist auch uralt. Das ist richtig schlechtes Spiel, ich hab's ne Weile probiert. Ach, der auf dem dritten Stern? Ja, weil ich von deiner Bombe vergewaltigt wurde. Ja. Ja. Ich hatte ne Dröte und musste die für den grünen aufgeben, der wir richtig geschehen hat. So was krieg ich jetzt. Eine Münze gestohlen, juhu! Danke, Geist! Cool, ich hab aber noch eine, den hast du irgendwann angeklaut. Das ist cool. Ne, warte, das war schon ich. Warte. Okay. Was machst du mal? Ne, warte, der rote, die Bombe, Aua! Ganz ehrlich, ich hab's schon wieder drei Stück davon. Fick dich, Tim! Alter! Fick dich! Ach, das war die letzte Runde. Oh, da kam schon der blaue. Ich wollte das auch nicht. Ey, das ist aber ein guten Hure! Deco ist mein mieses Hurenkind. Du hast mich voll mit deiner Bombe vergewohlt. Die habt ihr zwar nicht getroffen. Du hast ihn vollgeben, was? Keine Ahnung, ja, die, du hast sie voll daneben, also ganz Millimeter daneben. Hi, Marci. Hi, Marci. Hallo. Fick dich, Marci! Da müsste ich jetzt, wenn ich nicht so faul wär, Alter, komm, die wäre echt nicht mehrfach die gleiche, wenn wir die fahren. Ich müsste jetzt so dieses Smash-Ding einblend neu herausfordern, oder weißt du? Einfach die gehoben der Hand mit dem Mittelfinger. Marci KVL! Ah, gee, das find ich aber schön von dir. Joins the battle. Ey, was? Ich hab nie aufgepasst. Oh, scheiße. Ey, Marci, warum hast du null Punkte? Marci, warum hast du keinen Wii genommen wie alle anderen? Ja, genau, Marci. Ja, das war die Regen. Wir spielen heute alle mit Miet. Marci, warum? Ich hab dich übrigens auf ersten Testrennen gemacht, um zu gucken, ob es alle blicken. Günter. Genau. Im Normalfall passiert das nicht. Aber ich seh auch keinen Bowser. Keinen Bowser? Keinen Bowser? Böse. Böse. Keiner Bowser? Nee, den sowieso. Scheiß, mach mich auch schon eher. Wichtige Rennfahr. Ich hab den Münster auf dem 2. Nein. Geil, das trinken von Hundi kriege ich jetzt. Aha, gut. Huh, war weh? Äh... Alter, was ist der Lohn? Mal, ich will schon. Tu mir die Strecke. Alter, Marci. Alter, Marci. Ja? Kommst du her, ihr Schissen? Tja. Aus Schlumpfhausen, bitte sehr. Bitte sehr. So geht das aber nicht. Na man, chega. Na, 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 na. Na, 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 na. Na, 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 haut. Wer hat dir in den Kashöffel geschissen? Whoo! Na sixteen opposite to the table, man will. Huh? Fick dich, Pecco, du bist ne dumme Trixflampe! Scheiße. Hanche rump' down. Ah, jetzt ist's gut. Tu muscles. Jetzt hab ich ein Pilz verloren. Geister aktiv? Hast du gemeldet, dass du weg bist, der Pilz? Ja, jetzt ist mal! Fick dich doch! Welcher Stern? Ich bin so ein Mongo, ich bin so ein Mongo, ich bin so ein Mongo! Ich bin so ein Mongo, ich hab mich dreimal selber abgeworfen. Ja, vor Beko. Ja, nennen wir es vor Beko. Iggy! Ja, ich war so ein Mongo in der Runde, ich hab mich dreimal mit Bomben abgeworfen. Beko. Warum? Ja, keine Ahnung. Es hat sich halt so angeboten. Beko ist heute ziemlich lauer, ich drehe ihn nochmal runter. Ja, die Bomben haben wir. Hallo Rocky. Rocky Bottom of Rocky Bottom. Es muted es. Hallo Marci. Hallo Marci. Ich bin nicht befriedigend, das zu sagen. Ja, stimmt. Peko, bist du euch etwas näher an deinem Mikro dran? Äh, ja. Dann, versuch mal ein bisschen weiter weg. Schmeiß mal ein bisschen weiter weg? Rocky, ähm... Nein. Auf meinem Mikro. Was soll ich vielleicht weg machen? Rocky, du dumme Hure. Lass es. Ich, ich schmeiß euch aus dem Raum raus. Audio ist das wichtigste bei... Bei Marci. Bei Aufnahmen. Oh. Ich bin jetzt weiter weg vom Mikro. Dann ist gut. Na, ist im R. Weil, weil, Peko, du hast ein bisschen übersteuert gehabt. Beim Reden. Oh. Okay. Ich kann auch in Marci. Ich kann auch in Marci. Ich kann auch in Marci. Ja, so ist besser. Ich kann nicht driften mit nur einer Hand. Ja, warum hast du auch nur eine Hand? Musst du in Marci machen? Im Krieg unterwegs? Alter, Chi, die Grüne war ich gefährlich. Ich hatte mal drei. Die eine von mir selber. Aber dann wurde mir die andere auch weggebrochen. Chi, die Grüne war gefährlich. Also Chi, die Grüne, das ist ihr Künstler. Das ist Alien Chi. Ich bin grad... Das bringt mich einfach um. Lass mich zu. Ich bin auch im dritten mit einem Sternbuch. Obermongo. Oh, jetzt ist gute, dumme Schlampen. Katzenfuzzi. Das hat gelackt. Oh. Ja, deswegen nehme ich die Abkürzung nicht. Komm her. Ich wollte den Grünen halten. Das geht aber auch blauer. Schön für den Blauen. Weißt du, was ich mache? Du isst ihn. Hast du dich, Marci? Ich hole dich ein. Marci, hol dir den. Ah. Oh. Skil. 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 Alter. Ja, ich hab's jetzt nicht. Nein. Da kommt Skil. Alter, was? Oh Gott. Oh Gott. Ich bin fast runtergefahren. Da kommt Skil. Ich hatte so Angst. Ich bin auch fast runtergefahren. Nein. Und die hat mich vergewaltigt. Jetzt gib mir Kinder. Oh nein. Nicht die Kinder. Nein. Denk doch einer nicht an die Kinder. Oh nein. 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 Das war, das war nicht aber die letzte. Du gib mir mal Windschatten. Oh, Knocke von dir. Ja, du ich auch. Ja, du kannst auch von mir nehmen. Da mach ich mir jetzt weg. ACHEN PITCHKE. ACHEN PITCHKE. Au. Es gab böse Worte aus mir rausgeholt. Guck mal. Da lagen Pilzen auf den. Hat er aber nicht mitbekommen, alles gut. Hallo. Er ist ein Blauer. Er hat nur die Banane. Hey, wie wurden wir beide von der erwischt? Das sollte nicht möglich sein. Du hast das Item gekriegt, das finde ich nicht in Ordnung. Was war das? Oh Gott, da ist ein Rumoran gewesen. Ich habe nur eine Münze. Ja! Was? Oh Gott. Alter, der Hall. Nicht der Wurzeln. Du hast Hext. Du hast Hext. LUMBE! LUMBE! Scheiße. Du Hext, du bist gar nicht klein geworden. Doch, bei mir schon. Du bist gar nicht klein geworden. Erstmal Report. Ah, Drecksspiel. Erstmal Backport. Warum bist du denn nicht klein geworden? Ich bin klein geworden! Aber warum bist du mal vor mir gelandet? Weil ich dich mit dem Roten abgeschossen habe. Davor. Okay. Also voll machen wir, glaube ich, noch nie ohne Cheese Schwester. Krass. Mal gucken, ob Rocky das mitbekommen hat mit dem Miest. Ja, Chi! Heute hast du ja noch die geile Strecken. Auch seid du richtig stolz auf dich. Richtig! Roki, du hast null Punkte. Bist du schlecht oder was? 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 Ich will jetzt gleich einmal erster Württel in den Kampf werfen. Ne, bitte nicht schlecht. Danke. Das geht gar nicht mehr, leider. Ja, darum wird sie auch. Darum wird sie uns so verbinden. Aber ich werde es. Ich glaube, Rocky hat auch keinen Wii genommen. Ich sehe den Waluigi. Alter, was du glauben brauchst du, Alter? Kommt mir das mal in den Haugen vor. Das ist... Oh, Ficker! Welcher von euch Ficker-Huhren hat mich da reingespielt? Welcher von euch Ficker-Huhren hat hier Satz beendet? Zumindest gestern. Ich wurde aber getroffen. Ich muss dir das sagen. Hast du schon wer? Was? Kein Eitel. Was ist cool? Ich hab wieder keine Eitel. Was ist cool? Ich hab den Geist. Ich? Achso, ja. Danke für den Schatten, schon wer? Nein, Geist hat geendet! Noch nicht jetzt! Bitte! Marci, was machst du denn hier hinten? Auf Wiedersehen! Ah, Kotze! Tschüss Terminas! Bye-bye! Ah, Mann! Weißt du, okay. Ist eigentlich gut für mich auf dem Acht. Wie? Dich umgefahren! Dich hol! Marci hat den Geist gehabt. Den kann ich jetzt erstmal nicht mehr umfahren. Aber dich, Ludwig! Warum bin ich dumm? Dir das sah lustig aus. Die war das nochmal, bitte. Marci! Oh, nee! Ja? Absterben! Das ist doch nicht wahr! Das ist doch nicht wahr! Hunti! Dein Geist! Ich hasse dich! Marci, du und deine scheiß Bodyguards! Ich hab danach drei Pilze und dann Pilze geklaut. Ich hätte Waluigi einholen können. Du hättest ihm was runterholen können? Oh, ganz wacky, Luigi! Wieder Pilze! Dein Geist! Du in den zweiten Gunst dann ja! Nein! Der Gunst... Das ist Falle! GEIST! Und drei Pilze! Ich hatte dich! Du Hure! Oh, nee! Oh, da nicht! Oh, wo? Alles tuttiv, alles mutti, alles fein, auf dem Kasten, so wie sie geklischt sein. Ich hasse es. Ich mag diese Spinnung. Da hat er die Augen einfach ganz weit geöffnet und hat angefangen zu glitzer. Ich bin vor Knochen-Bowser. Ich wurde am Ende so kurz vor der Zinn, die ihn so richtig hat gefisst, aber so wurde ich... Ja, wie es mir immer passiert. Und falls euch diese Folge feiner hat, bitte positiv gewartet und abonniert uns bei den anderen rein. Aber nicht... Schei-Guy. Kameras raus bis zum nächsten Mal. Bye-bye. Das hat sich gereinigt. Schei-Guy weißt du? Ja. Das ist Gott nicht.